Was kannst du in Bezug auf deinen LDL-Cholesterin-Blutspiegel mit Nahrungsmitteln erreichen und welche Nahrungsmittel solltest du besser von deinem Speisezettel streichen? Darum geht's in unserem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Harden. Mein Name ist Dr. Stefan Waller, ich bin Kardiolo und leidenschaftlicher Herzcoach und ich begleite Menschen mit Arteriosklerose bzw. nach einem erlittenen Herzinfarkt online in einen herzgesunden Lebensstil. Heute geht es mal wieder um ein heiß diskutiertes Thema, nämlich die Frage, auf welche Lebensmittel du zugunsten deines Cholesterinwertes besser verzichten solltest. Zunächst einmal ist es bei einem hohen Cholesterinspiegel wichtig, auf Lebensmittel weites Kind zu verzichten, die einen hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren haben. Es gibt aber auch Personen, die empfindlich auf einen hohen Gehalt an Nahrungskholesterin reagieren und hier gibt es genetisch bedingt sogenannte Responder und Non-Responder. Also Menschen, die auf eine erhöhte Zufuhr von Cholesterin mit der Nahrung auch mit einem Anstieg des Blut-LDL-Cholesterinspiegels reagieren und es gibt eben solche, die es nicht tun, die sogenannten Non-Responder. Und inwiefern man jetzt auf das Nahrungskholesterin reagiert, das ist eben weitgehend genetisch festgelegt. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, dann schau auf jeden Fall mein Video dazu an. Okay, Butter bei die Fische. Hier kommen meine Top 9 Lebensmittel, die du von jetzt an besser vermeiden solltest. Und das übrigens nicht nur wegen deines Cholesterinspiegels. Besonders Nummer 5 und Nummer 9 dürften dich überraschen. Rotes Fleisch. Rind, Schweine und Lammfleisch enthalten im Allgemeinen viel gesetzliches Fett. Vor allen Dingen Hamburger, Rippchen, Schweine, Koteletts und Braten sind besonders fettreich. Zweitens, verarbeitetes Fleisch. Hot Dogs, Würstchen und Bacon bestehen ja vor allen Dingen aus stark fetthaltigen Teilen vom roten Fleisch und enthalten dafür viel Cholesterin und viel gesättigte Fettsäuren. Drittens, frittierte Lebensmittel. Chicken Wings, Mozzarella-Sticks, Zwiebelringe und Co. sind in Bezug auf deinen Cholesterinspiegel mit die schlechtesten Nahrungsmittel, die man so zu sich nehmen kann. Viertens, Backwaren wie Kekse, Kuchen und Gebäck werden oft mit großem Nahrungsmittel Mengen an Butter und damit auch an gesättigten Fettsäuren hergestellt. Oder noch schlimmer, sie enthalten Transfettsäuren, die ebenfalls den Cholesterinspiegel erhöhen können. Fünftens, Schalentiere. Krustentiere wie Shrimps, Garnelen, Krabben, Hummer und Muscheln, wie zum Beispiel Venusmuscheln, Miesmuscheln, Austern und Jakobsmuscheln sind zwar fettarm, haben aber von Natur aus einen hohen Cholesteringehalt, insbesondere im Verhältnis zu ihrer Portionsgröße. Und das kann ich übrigens auch im Selbstversuch bestätigen. Vor ungefähr 15 Jahren, nämlich bevor ich mich entschloss, weitgehend vegetarisch zu leben, aß ich noch Meeresfrüchte, auch wegen des Proteingehaltes. Relativ häufig Shrimps vor allen Dingen. Und das führte zu einem relativ drastischen Anstieg meines Cholesterinspiegels. Kaviar. Okay, ich gebe zu, Kaviar ist jetzt vielleicht nicht gerade das Alltagslebensmittel, das man jeden Tag genießt und das auch gut so, denn 100 Gramm Kaviar enthalten bereits 588 Milligramm Cholesterin und das sind, schneide ich an, 196 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs. Numero 7, Eiscreme. Leider steht auch zumindest die herkömmliche, traditionelle Eiscreme aufgrund des hohen Milchgehaltes auf der Liste der cholesterinreichen Lebensmittel. Nicht einmal 100 Gramm können schon bis zu 80 Milligramm Cholesterin enthalten. Natürlich je nach Sorte. Eigelb. Der genaue Einfluss von Eiern auf unseren Cholesterinspiegels ist letztlich immer noch nicht wirklich abschließend geklärt, aber eine im Journal of the American Medical Association veröffentlichte Studie über Eier ergab, dass Menschen, die zwei Eier pro Tag verzerrten, ein um 27 Prozent höheres Risiko für Herzkrankheiten hatten und das pro zusätzliche 300 Milligramm Cholesterin täglich das Risiko für Herzkrankheiten um 17 Prozent und das Risiko für einen frühen Tod um 18 Prozent steigt. Eigelb enthält nämlich mit stolzen 1234 Milligramm pro 100 Gramm das meiste Cholesterin aller Lebensmittel und das entspricht 411 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs an Cholesterin. Neuntens Softdrinks. Softdrinks enthalten zwar kein Cholesterin und auch keine gesättigten Fettsäuren, dafür aber jede Menge Zucker und auch Zucker kann natürlich den Cholesterinspiegel erhöhen. Laut einer Studie war das Risiko für ungünstige Blutfettwerte für diejenigen Probanden, die bevorzugt und regelmäßig Softdrinks konsumierten um 98 Prozent erhöht. Also wenn ich hier nur ein verarbeitetes Lebensmittel aus gesundheitlichen Gründen von unserem schönen Planeten verbannen dürfte, ich glaube es wären die Softdrinks. Aber denk immer dran, hier bei Dr. Hart geht es nicht um den berühmten erhobenen Zeigefinger. Du stirbst nicht gleich, wenn du mal ein Eis isst oder ein Softdrink trinkst. Es geht darum, was du auf täglicher Basis und was du regelmäßig machst und außerdem darum, dass du dich ganz allgemein bewusst annäherst und dich um deinen Körper und dich selbst liebevoll kümmerst. Schreib mir gerne, welche Ernährungsdauerreihe ich noch vergessen habe. Wenn du mehr interessante Neuigkeiten aus der Welt der Herz-Kreislauf-Medizin haben willst, dann vergiss nicht, meinen Newsletter zu abonnieren. Bis dahin, mach's gut und bleib schön gesund. Dein Dr. Hart. Bis dahin, mach's gut.